Die 3x3 bis 3x4 Elementarteilchen und die vier Grundkräfte und das Higgs-Poson der vereinheitlichenden supersymmetrischen Standardmodells laufen auf Unificatio hinaus. Wir wissen, dass diese Abbildungsfunktion der Welt von 3x3 Positionen, drei Teilchen auf drei Ebenen, dem Begehrensmodell der Struktur des Higgs-Spaltwesens entspricht in seiner terniären Aufspreizung und nennen es nicht supersymmetrisches Standardmodell, sondern nicht vereinheitlichendes supersymmetrisches Standardmodell, sondern Verunheitlichung einer trisymmetrischen Dezentrierung, die nicht auf Unificatio, sondern auf Plurifikation des Begehrens hinausläuft, auf multivariante Polysexualität.